recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft und das ganze als together spezial sonst wie weiß ich nie wie es bei knolle heißt den grüße ich erst mal den grüße ich erst mal letztes mal letztes mal hat es bei mir die folge halte hauen ich gucke mal gerade noch bei knolle vorbei weil ich habe seins dann da einmal reingestellt damit ihr was zum gucken hattet hier ist ein schlafzimmer hier ist eine fensterlaterne da ist ein billiardtisch genau und hier ist noch mal eine fensterlaterne mit der werkbank daneben um ziemlich hohes haus könnte man mal decke reinziehen hat man auch gesagt mal schauen kathedrale ja genau okay dann wollte ich noch meine zuschauer gerade meine feuerstelle zeigen die ich gebaut habe weil das war ja nicht so zu sehen ich glaube die haben meine zuschauer auch noch gar nicht gesehen wo muss man denn hier lang ich weiß gar nicht richtig hier sind wir richtig muss nur irgendwie runterspringen okay was zu essen habe ich nicht mehr als ich verletzt nicht zu essen ist immer gut hier ist der einstiegspunkt sozusagen wo wir gekommen sind ja hier vorne sind die hunde genau und dann geht es hier in den garten hier geht es in den garten bist du hinter mir ja gut hier geht es in den garten das kenne ich wo ich hin muss weiß ich das ist gut dass du weißt wo deine sachen sind ja wo ich mein zuhause habe weiß ich das wissen manche leute aber glaube ich auch nicht wie ich mal gehört habe wo ihre sachen sind also hier bin ich zu hause das feuer war das letzte was ich gemacht habe da ist der delphin wieder und hier war die feuerstelle das habe ich noch gemacht ich weiß nicht so einen sonnenschutz habe ich noch davor gemacht gehabt hier in der küche ich weiß nicht ob das noch zu sehen war oder nicht kann ich jetzt gar nicht sagen aber nur kurze begehung kann ja nicht schaden hier geht es dann in den wohnwagen hier ist das bad das bad mit dem genau da hinten ist der schrank sozusagen der dann eine truhe ist hier ist die ecke mit der kleinen küche und hier hinten ist das schlafzimmer haben wir es dunkel draußen ein ist wieder hell gut so was wir machen müssen wir müssten jetzt mal waren nehmen und wir hatten vor sag schon jetzt kann ich nicht sehen weil knolle in mich steht ja wer baut noch so ein klein wohnwagen und ja das was wir vorhaben der kann auch 250 breit sein dass wir zur mittleren station ist das glaube ich mit der bahn fahren und dort wollen wir eine kathedrale errichten so haben wir mit damakasch gesprochen die sich darüber freuen würde hat sie gesagt aber nicht so eine kathedrale wie der kürbis also so nicht eigentlich sein eigentlich der kürbis der dann irgendwie eine bierne ist oder so was gut muss aber noch was zu essen ich kann ja gar nicht so ja wir müssen müssen gucken dass wir runter kommen im keller da gibt es nämlich waren und die müssen wir glaube auf jeden fall haben ich glaube das war hier eine oder hier ist der keller wo die sachen sind gut dann wollen wir mal gucken diese steine dafür wollen wir wollen wir aus der kathedrale bauen okay ein paar sind da drinnen können wir erstmal alle mitnehmen und da drunter ist noch eine truhe ich brauche was zu essen und bausteine sind oder sind reichlich drin da können wir ordentlich mitnehmen da nehmen wir ordentlich mit natürlich was zu essen gemobst soll ich für dich auch was mitnehmen oder hast du da könntest du auch mitnehmen ich habe mich gar nichts in meinem inventar außer jetzt gleich steine so und dann brauchen wir was kohle kohle brauchen wir auch um die steine zu machen und dann kriegen wir nachher einen auf dem deckel wenn wir den ganzen kohle mitnehmen oder ich nehme mal zwei steaks von mit viel im lagerhaus ist glas gibt es auch dann sollten wir auch mitnehmen weil wir werden ja fenster machen wollen ja das ist natürlich cool mit bunten glas das gibt eine schöne sache für das dingens wie heißt es nach für so kategorale und so ohne diese diese mutzelscheiben ist von innen war es glaube ich naja aber so viel wollte ich jetzt erst mal nicht mitnehmen grau aus genau muss das auch noch hinkriegen dass wir von außen grau aus sehen rot grün und blau gibt es hier so weiter hier gibt es doch ist das ich nehme das mal einfach mit was da ist so ein bisschen gut der makash wird sich wundern wenn hier geplündert ist hier wird sich vielleicht wundern ja so aber wenn sie dann vielleicht zur kategorale kommt oder zumindest ja den ansetzen sieht dann freut sie sich vielleicht hoffentlich hier ist eine eisenachs die nehme ich mal mit und eine eisenhacke bräuchte ich glaube nicht ein stein eine dingens pickaxe brauchen die ist ja gar nicht da die müsste man erst bauen holz ist da hinten hier sind noch so ein paar andere bauteile drinnen ach guck mal birkenholzbrett da gibt es ja auch die gefallen mir noch besser glaube dann nehme ich auch mal welche von mit und bräunlichen haken auch nicht türen die sollen mitnehmen schwarz für deine kathedrale redstone nö nicht dass ich da wüsste dass man eine redstone verbraucht einen ofen wäre noch sinnvoll hier gibt es sogar ein man könnte sowas wie so ein himmelstor machen zum steine brennen brauchen wir einen ofen und eine werkbank brauchen wir auch wieso kann ich denn jetzt nicht eine werkbank einzeln nehmen naja irgendwann lerne ich das dann noch ne brauchen wir einen eimer vielleicht auch ne ja so ich habe ziemlich viel mit eine spitzachs fehlt mir ach so ein bisschen licht wäre vielleicht auch noch sinnig ne ja licht ist gut habe ich jetzt mal 15 fackeln noch dabei werkzeuge macht das kaputt stick ich bin mal so frei und da ist alles ich habe doch die ist fast kaputt da sind baumstämme drin stöcker gibt es ja gar nicht da muss man bretter nehmen dann so kann man drei spitzhacken raus machen eine schaufel das reicht ein bisschen bisschen eisen noch zwei schaufeln zwei schaufeln sind gut oder stickies bräuchte ich noch haben wir hier sowas auch aber ich wüsste nicht wo ich das suchen soll runter wo holziges drauf ist habe ich schon reingeguckt aber gefunden habe ich jetzt nicht aber ich gleich wieder was in ordnung gemacht hier die äpfel zu der äpfel gelegt und nicht ins map maps gedöns kommen dann nehme ich noch ein bisschen mehr aus mit gott wo hast du so bist du bist in der großen lager ne ich habe jetzt das kleine lager von damakasch erstmal geplündert die wird sich freuen und jetzt finde ich bestimmt nicht wieder zurück hier bin ich bestimmt falsch oder ja hier war ich falsch ja ich weiß schon ich habe die tür gefunden nach draußen das ist gut und wo bist du jetzt im großen lagerhaus da muss ich erst noch raus hier aus dem ding und dahin ja da ist er tür zu ja und das lagerhaus vor uns da ist das ne hatte und was war das essen gut 16 brot hast du kohle noch mitgenommen bei dem bei damakasch war nicht so viel kohle nein ich habe keine gefunden hier nach hier gibt es keine kohle ich weiß es nicht aber noch 50 fangen auf jeden fall okay so viel habe ich jetzt gar nicht mitgenommen erst mal ich kann ja noch mal nach unten durch das lager werkzeug betten öfen werkbänke ärzte metaller redstone deko zeug nao krims krams oder mal rein aber da ist aber keine dinge ist drin wir könnten jetzt auch böse sein und aus dem aus den öfen hier das nehmen holz dreck steine ist hier bruch steine ja hier sind öfen und öfen haben meist füllung oder was ja das ist kohle drin ohne ende was habe ich denn hier noch stehen dreck und sand und da hinten holz da ist stickys sind da drin da brauche ich auch noch ein paar von so das reicht jetzt erstmal erstmal alle öfen durch ob da irgendwas drin ist noch was jemand vergessen hat ich glaube nicht das ist hier so super organisiert auch ich habe doch gerade noch zwei drei 64 eisen gefunden dann noch aber jetzt hier ganz schnell ein paar steine schon machen mehr oder ja die kommt eigentlich schon anfeuern machen wir doch mal eingeschmissen eingeschmissen da ist mir zu wenig kohle drunter gehe ich nicht dran nachher muss ich noch nachfüllen das meine ich oder fehlt in einem ofen kohle da auch es ist nicht überall kohle drin hast du die rausgenommen nein ich auch nicht okay sind ganz viele öfen ohne kohle da ist noch was drinnen da packe ich dann noch was rein hier oben links hast du einfach ist auch noch ein hier oben links ist noch 41 kohle dann stecken wir da auch noch was rein gott das brunzelt alles sozusagen dann noch was 32 der mei da auch noch rein kohle habe ich auch noch mit sehe ich gerade dann kann ich nicht die will ich lieber mitnehmen dass wir da hinten vielleicht noch welche produzieren können wo wir bauen so ich jetzt erstmal ins reisebüro okay oder ich sammle gerade ein paar steine reisebüro muss ein ticket ziehen oder das weiß ich gar nicht mehr ne u-bahn fahren wir mit der u-bahn oder fahren wir mit dem reisebüro fahren wir mussten mit der u-bahn fahren glaube ich auch ja balkonien war das ne weiß ich auch nicht genau könnte sein ja so stein habe ich jetzt erstmal überall rausgenommen die anderen brutzeln dann noch mal später so muss ich aus dem haus raus und dann nach links ne ja da sind so fenster die fahrt kann ich nicht nutzen füllstand über lauf circa 50 prozent wow ach da das ist das gebäude okay ja wo kommt man rein anderer seite du bist jetzt schon unterwegs ja ja wo muss ich drücken egal nein das ist wo balkon hier bitte fahrkarte oder was so dann kommende lohrer oder was ja und dem muss ich wie einsteigen nach balkonien wie komme ich den neuen da in die kiste rechtsklick rechtsklick jetzt ist es richtig gut und balkone ist der gleich darüber na genau so dann fahren wir da meinen auch ich bin ja schon da ich habe ein paar einstellungen gemacht jetzt bin ich auf der langen tour jetzt geht das auch die schönen fenster und da waren keine fenster das waren irgendwelche kürbisse hier sind fenster was ich bin da ist das lava so erfährt und fährt und fährt und hier ist die station schon oder fährt er noch einen weiter eigentlich eine durch ne ok da ist krass der tunnel das ordentlich arbeit drin ja diese steine die hier links und rechts sind die brauchen wir für die kathedra alle ich komme sind wir hier richtig ja ja cool das ist sogar aufgenommen so hier geht es raus ne ja bei dem blauen tisch dennis tisch so und es ist dunkel draußen oder was ja das ist ja super betten so jetzt muss hier irgendwo die arena sein oder die pferde rennen waren gibt es da betten keine betten hätten wir vielleicht betten mitnehmen sollen da ist die baumplantage da ist eine werkbank in dem ding drin hier ist sägewerk oder sowas ne ja hier ist die baumplantage und wie es aussieht wachsen sogar bäume nur eichensetzlinge benutzen steht da guck mal hier sind birkenbäume coole coole produktionsstätten hier also ich habe das jetzt noch kein bett gefunden wir können ja auch in der nacht arbeiten bei mir ist nämlich gar nicht so dunkel es geht ja so wir müssen jetzt nur gucken wo die verderen waren das würde ich erst mal hingehen ich glaube die war da hinten runter kann das sein ich glaube in diese richtung ja da da nee da ist wüste oh oh was das hier ist weiß ich nicht aber hier nee ah irgendwie sind wir falsch oder das habe ich auch ein gefühl aber es war hier denke ich beim dingens oder es war hier noch nicht ja ja oder 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 sie fährt daran waren weiter und wir sollten es hier bauen das kann auch sein ich habe aber die vermute wir können es hier machen hier ist doch viel platz oder ja und hier rechts denke ich mal wo bist du da ich denke mal hier rechts sind ja so häuser und sowas ne dann können die da an der kathedrale gehen oder ja die so dann sollten wir hier die armfassklaften villager ein bisschen zurück denke ich mal wo ist das hier hier ist ein hochplateau das ist schlecht da ist wasser eine größere fläche brauchen wir natürlich ne können wir auch abtragen ja ich glaube wir müssen hier abtragen wo wir hier auf diesem hochplateau sind so so ungefähr denke ich mal sollten wir vielleicht die kathederale anfangen so wo ist norden das ist die frage gibt es das hier ich würde mal sagen wo ist ein da gibt es doch bestimmt einen weg um also ich denke mal hier auf dieser höhe das ist hier die höhe also wir müssen da zwei etagen abtragen wenn harten clay ist das so gibt es hier irgendwie habe ich keinen von das ist jetzt doof ich gucke mir nochmal die landschaft an hätten wir harten clay also hätten wir lehm geertet lehm könnten wir das könnte man den weg machen ich nehme jetzt hier gerade ein bisschen kies damit ich den weg schon mal bauen kann also was was ich ganz interessant finde wenn vor der kirche sozusagen oder kathedrale eine schlucht vorher gehen würde und man vorher eine brücke baut dass man darüber geht das finde ich cool ja aber hier gibt es keine schlucht oder sowas hat eine kathedrale eigentlich auch im friedhof könnte man drum rum bauen so ist nicht ich gehe mal hier ein bisschen höher und gucke mir das hier oben an hier ist natürlich wasser und berge und alles interessant ne aber ich bin ein spaßverderber ja ich weiß die zeit rennt die rennt mich nur die ist schon im endspurt ja also hier drüben wo bist du komm mal näher komm mal näher da hinten bist du hier bin ich also ich fände es ganz cool wenn wir hier wo dieser fluss oder was ist bist du da kommst du ja wenn wir da auf der anderen seite das machen würden ist aber nicht das ist doch ein bisschen weit weg vom ja das wird hier alles bestimmt noch bebaut oh ja da weiß ich wieder ob ich das auf acht hatte hier so hier so habe ich gedacht da eine brücke rüber wo du jetzt kommst ich denke hier so rüber die brücke ja da können wir ein schild machen ich weiß gar nicht hast du für ein schild material mit was war das holz aber da brauchen wir eine kiste für oder was ja aber ich glaube das hier wird keiner bauen nur so schon mal ein schild hin machen bauprojekt kathederale ich habe auch keinen holz mit da ist eine truhe und das ist keine werkbank shit egal jetzt habe ich gedacht das wäre eine werkbank habe ich nicht aufgepasst beim mitnehmen naja super aber das ist ja kein ding ich habe ja noch holz ich habe auch holz ich habe die werkbank hast du jetzt auch eine ja na ist egal wir können bestimmt auch zwei gebrauchen wo ist sie denn jetzt da hab schon eine okay ich jetzt nicht aber ist auch egal so da kommt der ofen hin da kommt die werkbank hin und jetzt brauchen wir noch ein schild machst du eins bauprojekt kathedrale oder ich schreibe mal kathedrale k a t h e e d r a l e genau so würde ich schreiben gut hast du es äh entstehen wo steht er jetzt drauf hier soll eine kathedrale mit einer brücke davor entsteht leider nicht mehr drauf auf dem schild aber ist okay doch bei mir steht das da drauf echt wenn das bei mir drauf steht dann steht das da drauf okay dann machen wir das gleiche resource pack seht ihr das ich sehe es nicht aber ist egal ich sehe es hier werden wir es machen da eine brücke rüber und hier ist unser bauplatz und hier müssen wir was abtragen Richtung mond vielleicht finden wir noch eine himmelsrichtung hier weiß ich nicht äh da geht der mond unter was ist da norden dann oder was weiß ich nicht auf jeden Fall sieht es aus wenn da eine mondfinstern ist bei mir na wo der mond runter geht geht auch die sonne runter das wäre dann wahrscheinlich da der westen das heißt norden müsste da sein alles klar das heißt hinter dem ofen und der werkbank die sonne und ist norden damit du das schon mal weißt die sonne und der mond die drehen sich ja gleich in minecraft um die welt geht ja im osten geht die sonne jetzt auf das heißt hinter der werkbank ist norden warte das heißt wir bauen ja schauen wir mal egal spielt keine rolle oh das war doof geht nicht oder was doch 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 es geht ich muss nur eine richtige tasse drücken ok genau da muss norden sein weil da hinten geht jetzt die sonne gerade auf gut aber dann würde ich sagen das heißt der altar muss nach hier ausgerichtet sein ja deswegen da müssen wir gucken dass wir das richtig hinkriegen also wo muss der altar hin meinst du der altar muss doch noch osten zeigen oder nee oder ich weiß es auch nicht auf jeden Fall ist der höchste punkt in der kirche da steht der altar drunter und das ist in der regel der turm aber wo der steht gute frage eigentlich nach osten meinst du aber das kann man ja gleich nachgucken ja können wir checken ok weil die folge ist ja jetzt vorbei genau und wir bedanken uns recht herzlich dass ihr zugeschaut habt und wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020